Pass auf! Mom! Komm, spiel weiter. Tu einfach so, als wäre ich nicht da. Heißt das rote Lämpchen, das ihr aufnimmt? Unser Andy geht aufs College. Ich kann's noch gar nicht fassen. Mom, ja am Freitag. Was wird jetzt mit deinen ganzen Spielsachen? Du bist doch frei. No, I'm never going to lose you. Was kapiert ihr nicht? Wir sind geliefert! Ausgemistet! Am Ende! Macht euch mal locker. Wir haben alle gewusst, dass dieser Tag kommt. Werden wir weggeschmissen? Nein, niemand wird weggeschmissen. Aber es spielt keiner mehr mit uns. Macht mal halblang, keiner muss hysterisch werden. Jetzt ist der Zeitpunkt, um hysterisch zu werden. Sollten wir hysterisch werden? Nein, ja, irgendwann vielleicht, aber nicht jetzt. Hey Leute, lasst uns checken, wie viel wir bei Ebay wert sind. Neues Spielzeug! Endlich spielt wieder jemand mit mir! Wo ist meine Nase? Sie ist hier. Hier, dein armes Gehütz. Schatz, mein Schnauzbaum. Um dein Buzz Lightyear neu zu starten, stecke eine Büroklammer. Max, nimm deinen Finger! Ah! Ah! Hast du Buzz repariert? Nachos Espanja Enchilada. Könnte man sagen. Oh nein! Oh doch! Das Astronautenfutter kehrt zurück! Musik. Musik.